Das letzte Spiel gegen Bremerhaven, das war sehr besonders für uns. Das Spiel selber war ein sehr enges Spiel, wie alle, 2-1 am Schluss ausgegangen, das Tor von Dallas in der zweiten Drittel, ich erinnere mich sehr gut, Dallas ist am Tor gelaufen, Foxy hat das vor dem Tor gespielt, abgefälscht rein, wir haben gewusst, gleich, das sehr wichtig war. Die Scheibe ist drin, Fox spielt weiter auf, Dallas vollschir, und gerade war Bremerhaven wieder komplett 28-33 gespielt. Fox, Fox aufs Langeeck, und da steht Dallas vollschir, und der bringt Straubing in Führung. Meine Erinnerung ist, dass 10 Minuten vorm Schluss habe ich eine 10 Minuten Strafe gekriegt, dann habe ich die letzte Zeit von der Strafbank zugeschaut. Das war sehr schwer. Ich glaube, der Stefan Mann hat die Scheibe kurz vor der roten Linie gehabt und hat die letzten 5 Sekunden ausklingen lassen, aber dann hat er runterschmissen und hat ein Icing gemacht, und dann haben wir den letzten Bulli in unsere Drittel. Wir haben, glaube ich, noch mal ein Timeout gemacht, und wir waren alle ziemlich fertig in dem Moment. Das ist wie gestern für mich, dass wir in Bremerhaven und in den letzten 6 Sekunden auf die Uhr geschaut haben. Zum Schluss war die letzten zwei Minuten so aufregend, dass wir aber in Bales im Tor haben. Und das ist unsere Sicherheit, war unsere Sicherheit. Noch drei Sekunden, das reicht, das reicht, das ist der Titel, wir sind die Pops, wir sind Meister, liebe Eis und Gefälls in Straubing, wir sind Meister, die Straubing Tigers gewinnen mit 2 zu 1. Und das ist unsere Sicherheit, die Straubing Tigers gewinnen mit 2 zu 1. Und das ist unsere Sicherheit, die Straubing Tigers gewinnen mit 2 zu 1.